Auf dem Datenmonitor hinter Marc Geni müsste er liegen, also wieder außerhalb der Punkte und einen Rang vor Heckinnen der Neunter ist. Gleich gibt's Highlights, die sollten Sie sich jetzt mal anschauen, liebe Zuschauer. Schalten Sie mal um auf dem Boxengassenkanal. Trulli auf Platz 2. Was für ein verrücktes Rennen, wobei er ja schon oft gut...